Er hätte so viel Schied gehen können, leckt mich. Mann, er ist bei Karl wieder, oder? Das ist das Haus von Karl. Garfu, baby! How's it going, man? How you doing, sir? How's Minigod? How's Emily? It's pretty dope, I confess. It's pretty dope. But I hope he's doing fine. Yeah, it's always nice to hear. Sie haben mir erzählt, dass du die ganze Zeit reingelassen hast. Es tut mir wirklich leid, was da alles passiert ist. Ich höre auf. Ihr habt ja den ganzen Scheiß. Das macht mich zugenommen, die Schwester. Ich würde dich gerne mal besuchen kommen. Das ist der Richtest. Ich... Ich möchte nur sagen... Ich bin Schwarz 1. Vielleicht war es gut, den Sohn zu schubsen. Vielleicht war es gut, ihn zu spüren. Sind das wir? Ja, ich kann bett auf das. Du bist für alle. Du bist ein guter Typ. Das ist ein guter Typ. Birthlist? Was ist eine Birthlist? Ah, okay. Und das... ...Includes... ...WAT? Exactly, ich bin nicht sicher. Ich habe nicht gehört von etwas wie das so far. Du musst es erklären für mich. Ah, so wie wenn... ...Mirror... ...Mirror... Wir haben immer noch unser Gemälde, was wir gemalt haben. Still got our painting. ...Mirror... Wer sind Sie? Wo sind Sie gekommen? Ich möchte Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob man mit ihm reden kann. Karl. Nein. Markus. Hey. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Karl. Ich habe sie so sehr vermisst. Was ist los, Markus? Ich bin völlig ratlos. Karl. Um mich herum bricht die Welt zusammen. Ich möchte das Richtige tun. Ich suche nach Antworten nicht. Doch ich finde nur mehr Zweifel und mehr Unsicherheit. Die Welt wird von Angst regiert, Markus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich. Zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Aber was soll ich tun? Karl, meine Leute werden getötet. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt vergelten. Aber sagen Sie. Welche Wahl habe ich? Zu leben heißt sich zu entscheiden. Zwischen Liebe und Hass. Zwischen einer ausgestreckten Hand und einer verballten Faust. Ich habe keine einfachen Antworten, Markus. Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpfen, um sie zu ändern. Du bist mein Sohn, Markus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschwinden. Aber lass dich nicht verschwinden. Ich würde sagen, es ist eine ziemlich kurze Episode. Aber nein. Wie lange habe ich gedacht, die Episode wäre schon vorbei gewesen, ey. Ich würde gerne dich wieder besuchen, Goff. War Spaß bei deinem Platz. Aber wie lange ist es für die neue, kleine Frau von dir? Wann ist die Geburtstag set? Ich gucke dir eher. cupbe Cool. Wir haben cannons. Das ist leider kein timelinesonderА Austrian. Der Kaliker, was muss ich Trung duo sein der Bayern der jeweiligen Zeit angeht. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen, ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Wo ist Lufa? Wo ist Lufa? Will er warten auf der Grenze? Wie ist dein Systemstatus? Ich bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben, Markus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. Sie sagen, sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert. Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten. Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Markus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich liebe dich, Markus. Jetzt hat sie es so endlich gesagt. Finally, sie hat sie gesagt. Josh. Also, Gott, wenn du auf den ersten... Danke dir, ich sehe uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß. Wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Markus. Das ist meine Schuld. Dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife-Montagewerk einbringen. Haha, what? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann wenn ich das... Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen, gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Hahaha. Sei vorsichtig. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. March peacefully toward the camps to pursue their authorities. We launch an assault on the camps to liberate the androids. Wir waren bisher friedfertig. Wir haben parchment нет. Iakapent nicht. Ja 군. Wir haben корабle. Wir wollen. Wir wollen. Wir operators nicht общ kaf usually. Wir waren friedfertig, die ganze Zeit. Machen wir den Buddha, machen wir den Dalai Lama? Machen wir den Buddha, machen wir den Buddha. Ich weiß, genau das sehe ich auch schon, aber... Wenn wir jetzt einen Krieg anfangen... Fuck. Wenn wir weiterhin friedlich sind, vielleicht schlagen sich sogar die Menschen auf unsere Seite. Das ist der Gedanke, den ich habe. Wenn sich Menschen vor uns stellen... Am nächsten Durchgang werden wir Savage gehen. Dann werden wir voll die Revolution anfangen, von Anfang an. Das ist dann eher so der Gedanke, den ich habe. Beim nächsten Mal sind wir voll das Arschloch. Wenn schon, denn schon. Dann machen wir Krieg! Aber jetzt... Ich weiß... Ich weiß, ihr seid wütend. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht... Werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Und ich weiß, ihr seid jetzt auch böse und verärgert. Und ihr wollt lieber Krieg. Gibt es beim nächsten Durchgang. Wir sind der Peacemaker dieses Mal. Wir haben es bis jetzt friedlich probiert. Wir werden es weiterhin friedlich probieren. Wir werden den Dalai Lama machen hier. Das ist der andere Weg, wenn man ihn nicht schubst. Und Karl drauf geht. Dann ist man da anscheinend und hat den anderen Weg da oben. Jericho was attacked in Crossroads. Das heißt, hier würde der andere Weg dann starten. Es gibt drei andere Wege, die hier starten. Oder was? Vermutlich, Benni. Vermutlich. Wer ist das? Connor? Was ist das Connor hier? Connor hat hier gar nichts im Moment. Wie heißt das? Untertitelung des ZDF, 2020